Hallo allerseits, in diesem Video werde ich zeigen, wie Ports im Windows-Betriebssystem geöffnet werden. So können Sie überprüfen, ob der gewünschte Port geöffnet ist, den Status aller Ports anzeigen und herausfinden, welchen Port ein bestimmtes Programm verwendet. Wenn Sie Spiele im Netzwerk mögen, können Sie Dateifreigabedienste wie Torrents aktiv nutzen oder einen eigenen Server für Spiele erstellen. Sie wissen wahrscheinlich bereits, dass Sie für Ihre Arbeit zusätzliche Post öffnen müssen. Dies geschieht auf dem Router und im Betriebssystem selbst in der Firewall. Natürlich, nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnen mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. So überprüfen Sie offene Ports. Bevor Sie mit der Öffnung von Ports beginnen, sollten Sie überprüfen, welche Ports bereits geöffnet sind. Hierfür gibt es spezielle Programme, die wir jedoch mit Standard-Dienstprogrammen des Betriebssystems ausführen können. Führen Sie die Befehlzeile als Administrator aus und geben Sie den folgenden Befehl ein. NETSTAT AON Dieser Befehl gibt an, dass Sie Informationen zum Status von Netzwerkverbindungen und Ports anzeigen müssen. A sind alle Verbindungen und anstellenden Ports. O ist die Ausgabe der Prozess-ID. N ist die Nummer und die Bordadresse in nummerischen Begriffen. Wenn Sie Informationen Seite für Seite anzeigen möchten, müssen Sie am Ende noch mehr hinzufügen. Nach Eingabe dieses Befehls wird das Ergebnis in Form einer Tabelle auf dem Bildschirm angezeigt. Nun mehr zur Notation. Listening. Port hört zu. Established. Eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung wird hergestellt. Time Rate. Überschüssige Antwortzeit. Close Rate. Verbindung wird geschlossen. So finden Sie heraus, welche Boards ein bestimmtes Programm verwendet. Um herauszufinden, welchen Board ein bestimmtes Programm verwendet, müssen Sie diesem Befehl den Buchstaben B hinzufügen, der für die Anzeige des Prozessnamens zuständig ist. Infolgedessen sehen Sie hier auch den Namen des Programms, das diesen Board verwendet. Überprüfen Sie den Online-Board. Es gibt auch Online-Dienste zum Überprüfen offener Boards, z.B. 2epeb oder Boardscan. Ein Link dazu befindet sich in der Beschreibung. Hier müssen Sie nur die Board-Prüfung auswählen. In dieser Zeile den zu Überprüfung der Board eingeben und auf Prüfen klicken. Dann wird das Ergebnis unten angezeigt, Board ist offen oder Board ist geschlossen. Lassen Sie uns nun darüber sprechen, wie Sie den Port öffnen, wenn sich herausgestellt, dass er geschlossen ist. Dies kann mit Hilfe der Windows Firewall geschehen. Aber denken Sie dran, je mehr Sicherheitslücke es gibt, desto anfälliger sind sie. So öffnen Sie einen Port in der Windows Firewall. Um einen bestimmten Port im Windows-Betriebssystem zu öffnen, öffnen Sie die Systemsteuerung Windows Defender Firewall und klicken Sie hier Erweiterte Einstellungen. Dann öffnet sich der Windows Defender Firewall Monitor. Sie können es auch öffnen, indem Sie das Fenster öffnen, indem Sie WIN plus R ausführen und Firewall CPL eingeben. Wählen Sie als nächstes Regeln für eingehende Verbindungen und dann Regeln erstellen. Aktivieren Sie hier für Port. Geben Sie an, welchen Port Sie öffnen möchten, 7000. Verbindungen zu lassen, diese Markierungen bleiben unverändert. Geben Sie ihm einen Namen und klicken Sie auf Fertigstellen. Erstellen Sie auf die gleiche Weise eine Regel für das UDP-Protokoll und zwei weitere Regeln für ausgehende Verbindungen. Damit ist der Vorgang abgeschlossen. Der angegebene Port ist geöffnet und wenn Sie es wieder schließen müssen, wählen Sie es einfach aus der Liste aus und klicken Sie auf Löschen. Wie man einen Port über die Befehlszeile öffnet Eine andere Möglichkeit, Ports unter Windows zu öffnen, ist die Befehlszeile. Führen Sie es dazu als Administrator aus und geben Sie den folgenden Befehl ein. Dieser Befehl erstellt die Regel L2TP-TCP, indem der TCP-Port 7001 für die eingehenden Verbindungen in der Firewall geöffnet wird. Auf die gleiche Weise geben wir einen ähnlichen Befehl ein, um eine Regel für den selten UDP-Port des Protokolls hinzufügen. Wenn Sie die Befehle erfolgreich ausgeführt haben, wird hier OK angezeigt. Vergessen Sie nicht, dass Sie den Port nicht nur für die 1723 Steuerungssetzung TCP öffnen müssen, damit das PPTP-Protokoll funktioniert, sondern auch das GRE-Protokoll aktivieren müssen. Geben Sie dazu den folgenden Befehl ein. Wie öffnet man Ports für Spiele oder Programme? Wenn Sie Ports für ein bestimmtes Programm öffnen müssen, müssen Sie in den zusätzlichen Einstellungen der Windows Firewall eine Regel erstellen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Video. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Wenn der Port nach all diesen Manipulationen immer noch nicht geöffnet ist, wird er im Router selbst geschlossen. Wie Sie den Port im Router weiterleiten, können Sie unserem anderen Video entnehmen. Um den Port in den Antiviruseinstellungen zu öffnen, müssen Sie den Abschnitt mit den Ausnahmen darin finden und das gewünschte Programm zu den Ausnahmen hinzufügen. Da es viele von Ihnen gibt, ist diese die einzige universelle Anweisung. Eine andere Möglichkeit, den gewünschten Port mit Torrent zu öffnen. Öffnen Sie dazu im Programm Einstellungen Konfiguration und wählen Sie hier den Bereich Verbündungen oder Connection aus. Geben Sie in der Zeile Incoming Connection Port den gewünschten Port ein und klicken Sie auf Apply. Lassen Sie uns nun den Port auf der Seite überprüfen, da Sie sehen, dass dieser Port offen ist. Wenn Sie dieses Programm jedoch beenden, wird es wieder geschlossen. Warum sollten die Ports 80 und 443 offen sein? Unten den FinPorts gibt es Ports, die standardmäßig von gängigen Programmen verwendet werden. Beispielweise werden die Ports 80 und 443 im Browser verwendet. 80 für normale Verschlüsselung und 443 für eine sichere verschlüsselte Verbindung. Wenn diese Ports geschlossen sind, können beim Herstellen einer Verbindung mit der GameCloud und anderen Diensten bestimmte Probleme auftreten. Aber wenn Sie für sie geschlossen sind und alles funktioniert, beeilen Sie sich nicht, sie zu öffnen. In der Beschreibung unter dem Video werden die am häufigsten verwendeten Ports aufgelistet und kurzbeschrieben. Und das ist alles. Daumen hoch. Stellen Sie die Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute. Tschüss. 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 Tschüss.